So, hallo YouTube, willkommen. Wir gucken heute Drogenfahnen an der deutsch-niederländischen Grenze. Zu Gast heute, Klaus von den Kluber Twins. Auf geht's! Das ist es! Die Autobahn A30 bei Bad Bentheim. Der deutsche Bundespolizist Christian und der holländische Polizist Bert prüfen Autos, die die deutsch-niederländische Grenze überqueren. Farkon? Ja. Wie heißen die beiden Polizisten? Ähm, deutsch-niederländisch. Gut. Wir haben aufgepasst. Wir sind dabei. Wir merken aus den Details. Du darfst auch auf die Reaktion zerstören. Nee, das traue ich mich nicht. Doch, doch, doch. Ich bestehe da drauf. Ich mache einmal. Als sogenanntes... Nein, ich möchte, dass du das auch öfter... Nein, 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 nein. Ich kann nicht deine Gedanken lesen. Komm. Ich sag was, wenn du was sagst. Ich wäre beleidigt, wenn du es nicht tun würdest. Ey, guck mal. Die KI ist am Steuer gerade. GPT. Verrückt. Das gibt's nicht. Was die heute alles kann. Da sollten wir auf jeden Fall mal irgendwie ein halbes Jahr Pause machen. Die KI-Forschung. Das macht mir Angst. Das geht mir zu schnell zu weit. Das macht mir Angst. Da müssen wir auch mal einen Riegel vorschieben. Ich meine, in Deutschland... Stell dir vor, wenn die Geräte lernen, Faxe zu bedienen. Wer von den beiden ist dein Lieblingspolizist? Deutsch oder Niederländisch? Ähm, auf meiner Uhr ist es gerade 13.12 Uhr. Sehr gut. GPT, also grenzüberschreitendes Polizeiteam, jagen sie gemeinsam Drogenschmuggler und andere Verbrecher. Wieso steht GPT für grenzüberschreitendes, äh, Team? Wo ist denn da das P? Was macht das da? Grenz... Ne, vegane Kinderriegel, was? Polizeiteam. Sehr gut. Janik Lufs hat aufgepasst. Du, du wieder nicht. Harkon, na gut, du hast aber auch einen langen Tag. Ich habe heute schon so viel gearbeitet, ja, und jetzt sitze ich trotzdem hier und mache hier einen auf lustig im Internet. Sehr gut. Okay, ich stelle jetzt auch keine weiteren Wissensfragen mehr. Es wird sich auf Kekigkeit konzentriert. Wo ist das nämlich? Das ist einfach so, äh, für uns eine super Kombination, um dann letzten Endes, äh, auf beiden Seiten immer irgendwie agieren zu können und zu dürfen. Auch das im Endeffekt. Also, da muss ich sagen, dass man auch handlungsfähig bleibt. Das ist für uns natürlich eine prima Sache, dass wir wirklich auch irgendwie unserer Funktion nachgehen können. Sehr guter Satz. Danke dafür, Herr Drogenfahrender. Ne, das ist nichts Schlechtes. Da ist man sehr konkret geworden. Ich wusste jetzt genau, worauf er hinaus wurde. Ungefähr genau, auf jeden Fall vielleicht. Ja, dankeschön. Kein rechtlich, sauber zu bleiben. Die A30 ist die direkte Linie von Berlin. Okay, gut, ich nehme den Niederländer. GPT heißt auf niederländischem Platt Harkon und Klaus. Selbstverständlich, das ist allgemein bekannt. GPT heißt auf niederländischem Platt Harkon und Klaus. Ich finde das toll, dass das jetzt doppelt läuft, ne? Ob ich Mitose betrieben habe. Ähm, ist das so ein Insider aus eurem Stream? Äh, tatsächlich, ich weiß nicht mal, was das ist. Mitose ist irgendwas mit Zellteilung. Mitose, Maiose, Biologieunterricht, achte Klasse. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich sage einfach mal nein. Sehr gut. Einfach auch mal gerade heraus sagen, was man denkt. Aber ich glaube, ich fanboy jetzt den Niederländer, weil der mich einfach so ein bisschen an Rudi Carell erinnert. Wobei, hat er auch was angestellt? Ich glaube nicht. Ich glaube, den kann man gut finden. Show master isch mein Beruf, ein Beruf, ein Beruf, den der Teufel schuf. Okay, keine Rudi Carell-Fans. Also mich hat's, ich weiß das, ich kenne den überhaupt nicht so richtig. Echt? Also ich kenne Rudi Carell aber sein Schaffen nicht. Ich kenne den nur als Person, weißt du? Okay. Gut. Da ist es so eine Altersdifferenz. Mich hat's abgeholt. Guck mal, Minos habe ich gekriegt. Immerhin. Und weiter östlich Richtung Amsterdam. Also deshalb ist die A30 ist wohl ganz schön wichtig für die Kriminelle natürlich, um allerlei verschiedene Sachen von A nach B zu transportieren. Ich glaube, weißt du, was mir schwerfallen würde, wenn der mich irgendwie kontrolliert den Ernst zu nehmen? Habe ich die Droge dabei? Guck mal, Gruppe. Könnte ich ihm mal die Kofferarmpflicht aufmachen? Da denke ich doch, der will mich auf den Arm nehmen. Das tut mir leid, da kann er nichts für. Aber das ist einfach so meine Assoziation. Das sollte natürlich eigentlich auch nicht so sein, aber wir sind alle nicht perfekt. Ach, du meinst es doch bestimmt total lieb. Komm, mach mal weiter. Komm hier. Klaus, Suspekt. Meist schaut das Team selbst. Haben sie Drogen dabei? Lass dich überraschen. Lass dich überraschen. Dankeschön. Nach auffälligen Autos, die sie zur Kontrolle anhalten. Was wäre ein Auto, das du aufhalten würdest, Klaus? Wenn du jetzt bei der Drogenfahndung bist? Total zufällig. Komplett keine Raster anwenden. Einfach mal hier, mal da ein bisschen rauswinken. Aber so ein VW-Bus mit Blumen drauf, willst du schon rausziehen? Und würdest sagen, ihr dreckigen Kiffer, heute geht es euch richtig ans Leder, oder? Streng genommen würde ich wahrscheinlich, wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich wahrscheinlich gar keinen rauswinken. Da wäre ich zu faul für. Das ist ja ein Metaverse, Klaus. Das ist ja nicht du. Das ist ja auch... Es gibt ja auch einen Bad Klaus irgendwo in der Welt. Ja, aber in den kann ich mich in meinem aktuellen Geisteszustand nicht gut reinversetzen. Das tut mir leid. Den Bus von Sinbad? Das verstehe ich nicht. Ist das so ein Insider bei dir? Ich finde, ist das ein Insider bei dir, ist die Frage. Kars Junge ist doch eher bei dir unterwegs. Das ist keiner von meinten. Der ist hier sogar VIP und der redet in fremden Zungen. Ich glaube, der war gerade drüben hier beim Bus von... Komm, mach mal einen Haken runter. Ja, dieses Reiseunternehmen. Hä? Wieso kennst du Reiseunternehmen? Ich kenne das nicht. Du bleibst zu Hause. Es ist immer noch Pandemie. Es reicht mir jetzt. Der nächste Einsatz kommt aber von einem Kollegen per Funk. Bert und ich stehen A1, A30 Einreise, direkt vor der Dienststelle. Was hast du? Gerade aus Endspiel gekommen. Mercedes C200 durch Erwin und Laura beobachtet worden. Dann wird dir im Kauf in Endspiel. Kollegen haben in den Niederlanden eine Deutsche observiert, die eine große Menge Marihuana gekauft hat. Das gibt es ja gar nicht. Ah, guck mal, da ist das ja gar nicht so verdachtsunabhängig, sondern die haben das tatsächlich schon im Vorfeld tatsächlich Ermittlungsarbeit geleistet. Das finde ich ja nicht schlecht. Ich fände es ja gut, wenn Adam vielleicht mal so ein Streaming-Event von der Grenze einfach machen würde, wo er einfach so Leute befragt. Und? War der in den Niederlanden? Was habt ihr gekauft? Das sind auf jeden Fall Ideen, die es umzusetzen gilt. Also ich meine, wenn ich die Kameras da sehe und die Mikrofone und so weiter, das ist doch schon die halbe Miete. ...gestiegen. Kennzeichen? Bad Bentheim. Na, aktuell Richtung... Hi, Kruf. ...deutschland unterwegs sein. Jetzt hängt vom GPC ab, ob die Schmugglerin gefasst wird. Von Enschede aus braucht die Frau 30 Minuten nach Bad Bentheim, müsste also bald eintreffen. Ein Mercred ist ein älteres Modell Champagnerfarbe. Das ist nur von Trennung. Da kann ich original nichts mit anfangen. Was ist denn Champagnerfarbe? Wahrscheinlich so eine Taxifarbe, oder? Ich hätte jetzt an so ein samtiges Gold gedacht. Oder ein samtiges... Ich gucke mir so einen Champagner erstaunlicherweise aber auch nicht häufig an, muss ich sagen. Nee, ich überlege gerade, welche Farbe haben diese Granitfliesen bei mir im Bad. Die sind ja auch eher so Gold gehalten. Aber den Champagner, da müsste ich jetzt auch erst drüber gehen, in die alte Fasanerie hier auf meinem Grundstück. Da sehe ich mich jetzt nicht. Hallo, Mr. Hund. Kommt mehr Informationen über die Frau aufs Smartphone. Ja, Elisabeth, ein... Ach, die die... Da haben Sie schon mehrere Rundfüße umgemacht. Bitte in unserem Grab. Die ist dick bekannt. Die Frau ist durch den Schmuggel harter Drogen auf Bewährung. Die Beamten vermuten, sie könnte auch abseits von Autobahn und Bundesstraßen fahren. Das ist ja raffiniert, dass man da tatsächlich dann auch Landstraßen bemüht. Das ist ja nichts Schlechtes. Ich finde es tatsächlich gut, dass die zumindest... Jetzt komme ich wieder in die Bredouille, hier eventuell Polizeiarbeit zu weit neiten. Immerhin, man muss ja auch immer das Gute im Schlechten finden. Die machen ja wirklich... Die greifen sich ja nicht irgendjemanden. Was tust du dich da jetzt so schwer, Mensch? Weiß ich nicht. Na, ich sehe schon. Du bist in der Hand des Chats. Na gut, alles in Ordnung. So viele verzweigte Wege, die man nehmen kann. Und wenn man sich ein bisschen auskennt, kann man einfach durch... Hier kann man auch in den Ort reinfahren. Das ist aktuell so ein bisschen das Problem, was keiner weiß, wo sie gerade fährt. Wie? Das Team stellt sich... Die haben die dabei erwischt, dass die große Mengen Marihuana in ihr Auto lädt. Und dann verlieren die die einfach so? Gibt es da nicht sowas wie irgendwie einen Hubschrauber, der die über Luft verfolgen kann? Ja, oder vielleicht irgendein Pfeil, den man auf das Auto schießen kann mit so einem rotblinkenden Signalding. Ich glaube, das sind alles einfach nur Hightech-Gadgets, die wir aus erstklassigen TV-Produktionen kennen, wie Alarm für Cobra 11. Oh, aber dafür ist viel zu wenig kaputt gegangen. Das stimmt. Diese Bäume, da müssen eigentlich demnächst explodieren. Weil sich irgendwie ungefähr 30 Autos darin reinbohren. Das wär's, ne? Wir sind ja nicht im GTA-RP. Achso. Schade. Ah, Unlucky, das verwechsel ich immer. Das war für mich jetzt gerade so ein Red Pill-Moment. Ich merke auch gerade, wie meine Augen wehtun, weil ich sie das erste Mal verwende. Sie hat sich an einer der vielen Zufahrtsstraßen nach Bad Bentheim auf. Diesen Standort haben sie nach Bauchgefühl ausgewählt. Ah, okay. Wir haben versucht, die Kollegen jetzt anzumelden, aber da war auch nichts. 30 Minuten sind fast um. Wenn der Mercedes nicht gleich auftaucht, ist die Frau durchgeschlüpft. Ein anderes Team müsste sie zu Hause aufsuchen. Dann hätte man sie nicht auf frischer Tat ertappt und bräuchte zunächst einen Durchsuchungsbefehl. Langsam macht der Hund es sich gemütlich. Ja, ja. Aber ich habe auch das Bett vorhin gedreht, damit du da sitzen kannst. Normalerweise liegt das längs, damit es in den Türrahmen passt. Ah, das ist für ihn unbewusst. Wir haben ein bisschen die Ordnung ja durcheinander gebracht. Also, ich finde, das klingt irgendwie nach ultra viel Aufwand insgesamt, um so ein bisschen Kiffi-Kiffi einzusacken. Man weiß jetzt nicht, wie viele Kilos das gewesen sind, ne? Aber wirkt schon leicht schräg und vor allen Dingen auch ein bisschen so, ja, so nach Bauchgefühl. Wir wissen eigentlich gar nicht mehr, wo sie ist. Wir stellen uns mal hier hin und warten. Mittlerweile ist es halt auch dunkel. Gleich ist auch Feierabend. Naja, willst du machen? Und ich habe auch gar keine Lust mehr, ne? Wir haben heute schon Kisten durch die Gegend getragen. Na, wo Feinicam? Die funktioniert irgendwie gerade nicht, leider. Donuts, ja. Es gibt auch ein frisches Blech Donuts, die man abholen muss. Selbstverständlich, der Klassiker. Das ist doch... Das ist doch Klaus! Das ist ein alter Metälieverweiter, ja. Die Beamten... Das ist ein alter Metälieverweiter, ja. Ja, könnte sein, ne? Durch auch eine Auto, ja. Ja, richtig. Ach so, ist noch gar nicht Feierabend. Na gut, fahren wir mal los. Ja, komm. Mach das mal ganz kurz aus, ja? Ja. Boah, Tauchwahrt, gleich Fahrt. Das ist so. Das ist Champagnerfarben? Das hörst du jetzt nicht, aber wir können ja auch biepen. Fluch mal richtig. Also, ich muss wirklich sagen, dass das jetzt ansatzweise Champagnerfarben sein soll, dass mein Besten nicht irgendwie deren Ernst sein und ich muss wirklich sagen, ich fluche in Gänze komplett ab. Ich habe mich nicht getraut, wirklich zu fluchen, weil ich einfach verantwortungsvoll mit deinem Kanal umgehe. Ach, der, mach ich mir einen neuen, ist mir auch egal, komm. Bayreuth, Oberfranken. Hier findet heute ein Fußballspiel der dritten Liga statt. Geil. Wo ist RGJ? Ja, geil, super. Einsatzbesprechung des Unterstützungskommandos, dem USK, der Bayerischen Bereitschaftspolizei. Es sind ca. 300 Ultras im Zug. Die Spielvereinigung Bayreuth trifft auf den TSV 1860 München. Ein Derby, bei dem den Ultrafans aus München das besondere Augenmerk gilt. Wir erwarten alkoholisierte Fußballfans, dass sich Fangruppierungen hier, wenn sie aufeinandertreffen, dass es zu Gewalttätigkeiten kommt. Ja gut, damit... Danke schön, Anonymous, für Dynamo Dresden. Dass die sich bei Fußballspielen besaufen und kloppen gerade so die Kategorie C, kostet dann können wir da die Polizei, die uns das sagen. Ein Glück, ne? Ich finde ja, dass das alles die Vereine bezahlen müssen. Und ganz ehrlich, da sollte man die Hooligans auch nicht über einen Kamm scheren. Da gibt es auch andere friedliche Hooligans, die das dann regulieren im Stadion. Bloß, weil die gerne saufen und sich prügeln. Und ja, aber noch ein Ehrenkodex, dass die nur untereinander im gegenseitigen Einverständnis die dritte Halbzeit... Da gibt es noch die Ehre der Straße, gibt es da noch. Ja, klar. Auf dem Bahnhofsvorplatz in Bayreuth ein Großaufgebot der Polizei. Weitere Kräfte der Bayerischen Bereitschaftspolizei eine Reiterstaffel. Und kurz nach 10 fährt der Zug mit den Münchner... Reiterstaffel, da hatten wir auch beide gar keinen Bock, irgendwas zu zu sagen, oder? Reiterstaffel auch, komm. Mach mal weiter. Wem erzählen wir hier eigentlich überhaupt noch irgendwas? Ist auch scheißegal. Aber dem Chat ist es auch aufgefallen. Ja. Ich finde ja, das sollten alles die Vereine bezahlen und die Polizei sollte... Das sind ja unsere Steuergelder, Klaus, die da verbrannt werden, die wir erwirtschaftet haben durch unsere beide Hände Arbeit. Guck mal, da steht bei 4336 BESI. Für was steht BESI? Ich wollte eigentlich gar keine Wissensfragen mehr stellen. Das ist ehrlich gesagt auch, aber mir gefällt ein bisschen der Used-Look hier. Das stimmt. Das ist so ein bisschen abgeranzt. Das stimmt, das ist so, als wäre das so ein Logo von einer Serie. Ich glaube, ich beginne linke Strukturen in der Polizei zu erkennen. Der Schriftzug so wäre sonst ein bisschen zu clean, da muss ein bisschen Waffen sein. Da ist eigentlich so eine Stadt hinten im Hintergrund, so eine Silhouette. Beweissicherung. Hier, die Leute kennen sich aus. Sehr gut. Hier hat es. Dankeschön. Suspekt, meiner Meinung nach. Besitzverteidiger, das ist es. Sass, wer das weiß. Sass. Begrüßung durch das Kommunikationsteam der Bundespolizei. Wir begrüßen recht herzlich. Oh, sag mal hier, da fand ich doch gar nicht mehr raus aus der Tür. Können die die nicht ein bisschen breiter bauen? Meine Güte. Habt ihr Bier mitgebracht, Jungs? Da drin ist gar nichts mehr. Nicht alle sind vom Polizeiaufgebot begeistert. Ach so. Und auch, dass gefilmt wird, stört. Ob ich gleich in die Kamera gegriffen würde, geht schon los. War nichts zu erwarten, dass den besoffenen Hooligans das auch nicht gefällt. Mensch, Frau, du kammer. So klingt das wahrscheinlich. Ach, bis ich, jo. Ich habe mit deiner Kamera. Wieso macht da dann die Polizei nichts? Ich meine, stehen die da nur, um sich das anzugucken? Ja, die haben sich gestern schon in Lützerath ausgeprügelt. Die wollen jetzt heute ein bisschen entspannt machen. Oh, Systemkritik. Die Polizei drängt die Massen zu einem Nebenausgang des Bahnhofs. Die Stimmung ist aggressiv. Irgendwie viele Leute meinen, man müsste irgendwann mal die scheiß Kamera wegmachen. Wer sind die denn das da zu bestimmen gerade? Ich würde es nicht wissen. Na, die sind auf jeden Fall die besoffensten am Platz. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so eine Art Registrierung ist. Je besoffener, desto mehr Anspruch hat man darauf bestimmt zu können, was zu tun und zu lassen ist. Ansonsten wird dann wirklich in die Kamera gegriffen. Unter zur Hilfenahme von Beleidigungen. Oder es wird gespuckt, die Cam stört. Achso, wir machen die aus. Ne, machen wir nicht. Kurz ist die Situation unübersichtlich. Dann stellen sich Beamte des USK zum Schutz vor den Kameramann. Meinst du, die spannungsgeladene Musik in der Situation? Hat die tatsächlich die Brisanz wirklich rübergebracht oder war es leicht aufgebauscht? Ich glaube, die lief da auch live vor Ort tatsächlich. Also im Prinzip ist da sogar nichts passiert, wollte ich an der Stelle anmerken. Ich darf keinen Blickkontakt zu Mr. Hund haben. Weitere Einsatzkräfte kommen zur Hilfe. Ein Fanmarsch formiert sich. Das ist ein Fanmarsch. Was haben die da für Knüppel dabei? Oder sind das Transparenter? Transparenter, ja. Die wollen wahrscheinlich dafür werben, dass die Kategorie C mehr gesellschaftliche Anerkennung bekommt. Die mögen Fußball! Aber ich dachte, das sieht so aus, ob die so Leitplanken rausgerissen hätten oder so. Ich glaube tatsächlich, so gewaltbereite Ultras sind einfach auch die am meisten diskriminierte Gruppe in Deutschland. Ja, die haben es schon nicht leicht. Die haben es schon nicht leicht. Die kämpfen um gesellschaftliche Anerkennung. Not all Ultras. Ach, komm. Tras ziehen Richtung Innenstadt. Junge, da kriege ich Kopfschmerzen von den taktlosen Geklatsche. Mach das nochmal. War da irgendeine Form von Rhythmik erkennbar? Ja, jetzt nochmal Play einfach. Zur Hilfe. Ein Fanmarsch formiert sich. Die Ultras ziehen Richtung Innenstadt. Ja. Wird Klaus nun mit uns kuscheln? Kappa. Ist das ein Insider von deinem Kanal? Ich bin total verwirrt. Ich kenne das nicht. Aber was wir mal machen können, ist ungefähr so unrhythmisch klatschen wie die. Achtung, los geht's. Da soll das ungefähr geklucken. Wir haben es relativ realistisch nachgemacht. Wenn Erik jetzt hier da gewesen ist, habe ich morgen einen neuen Hack-on-Clap-Emote. Guck mal hier. Da sind sie schon. Ich fand, wir waren erstaunlich nah dran. Muss ich sagen. Was singen die da überhaupt? Baysy, Baysy oder was? Ich habe es auch nicht verstanden. Ah. Guck mal, das ist ein Name, den du kennst. Ja, das hätte ich auch gedacht, Hackstock. Das wäre ja Baysy. Erneut gibt es Anfeuerung. Ja gut, dann merkt man schon. Das ist doch ein neuer Supper-Alert. Oder Raid-Alert, auch nicht schlecht. Reichen die Bayreuther Innenstadt. Bis zum Anpfiff sind es noch über drei Stunden. Viel Zeit, um auf gegnerische Fans zu treffen. Die Polizei hofft auf das Bayreuther Winterdorf. Hier wären die Fans unter Kontrolle. Wieso sollen die da unter Kontrolle sein? Da kann man sich Glühwein reinpeitschen und alles mögliche. Oder glauben die, dass die festliche Besinnlichkeit die Leute milde stimmt? Vielleicht ist das so ein bisschen wie bei einem Film, die 300, dass da irgendwie... Die sind ja auch 300. Dass da tatsächlich die lokalen Gegebenheiten so sind, dass da irgendwie das Kampfgeschehen überschaubar ist. Weißt du, weil da so eine Enge ist in der Straße. Die Thermopülen am Glühweinstand sozusagen. Genau, so ein natürlicher Trichter quasi. Da, wo auch Leonidas schon eins scheiterte. Am Glühwein mit Schuss. Ich glaube, es ist in der Art Weihnachtsmarkt, die da stattfindet. Der Plan geht auf. Die meisten Münchner sind erst einmal geparkt. Sie trinken Bier und Glühwein unter Beobachtung der Polizei. Na geil. Noch ist alles ruhig. Man lockt die echt da hin. Ach hier, komm, nimm mal Würste und trink ein bisschen Bier. Da sind die erst mal ruhig gestellt. Das ist ja echt einfach so eine Falle, die man da aufgestellt hat. Weil an so einem Weihnachtsmarkt, da kann natürlich so ein gewöhnlicher Ultratrupp nicht vorbeigehen, ohne kurz zu versacken. Das ist sehr gut. Aber bleibt das auch so. Polizist Bert und Bundespolizist Christian verfolgen an der deutsch-holländischen Grenze eine polizeibekannte Drogenschmugglerin. Wir haben Kontakt, sind im Bereich Einfahrt Bad Bentheim. Wir sind direkt dahinter. Kann eventuell noch mal einer dazukommen. Wir würden die einfach jetzt gleich hier anhalten. Ist das spannend, ey. Das ist eine richtige Verfolgung, sagt. Ich habe ein bisschen Adrenalin gerade. Also ich müsste mich nachher vielleicht erst mal kalt abduschen oder so. Wechselbad der Gefühle. Das ist ja so aufregend, Freunde. Und wollen wir gleich der Kanalpunktewette machen. Hat es jetzt irgendwie ein paar Kilos dabei oder nicht oder ist das falsche Alarm? Ich befürchte fast, dass es falsche Alarm ist. Weil wenn das irgendwie Champagnerfarben sein soll, dann fresse ich aber einen Besen. Dann könnten sich ja meine Mods drum kümmern. Na, anlag die alle schon feierabend. Ja, alle besoffen. Guck mal, da ist Hackstock. Der macht sowas. Klaus jetzt spielsüchtig. Na komm, müssen wir jetzt auch nicht. Na komm, wir gucken mal, ob es passiert. 10, 9, 8, 7. Ja. Vorhersage ist was. Was mache ich? Ja, ne. Warte, erst mal. Nein, 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 nein. Oh Gottes Willen. Na, Vorhersage läuft. Die Vorhersage. Hat sie Drogen dabei? Nee? Jo. Na gut, wenn du die Umfrage so stellst, lieber Herr Mott, da musst du dann natürlich auch entscheiden, wer dann die richtige Antwort gegeben hat. Das war relativ unspezifisch. Ja, aber ich habe ein starkes Juristenteam im Chat. Sehr gut. Möchtest du, dass wir heute gar nicht auf die Idee gekommen sind, Peter Giese zu gucken, fällt mir gerade ein. Jetzt hier gerade, jetzt in diesem Moment. Das stimmt. Tatsächlich, das war, naja gut. Komm, gucken, wollen wir das weiter gucken, ja, oder? Komm, ab geht die... Achso. Warte, warte, wir müssen... Wann geht denn diese Vorhersage, wer hat die denn auf 10 Minuten gestellt, oder was? Guck mal, wie lange das da noch runterläuft. Oh. Oh, deine Mods will ich nicht haben. Oh, ich will die auch nicht haben. Was machen wir jetzt so lange? Da kannst du irgendwie eine musikalische Darbietung zum Besten geben auf der Geige. Ach, ich weiß gar nicht, wo die ist. Ich habe die heute auch noch überhaupt nicht gesehen. Fünf Minuten Umfrage, ja, ich weiß auch nicht. Fünf Minuten Umfrage. Das ist auch allein schon... Da wird auch der eine oder andere so ein bisschen auf die Fährte geführt, dass man das Video jetzt guckt und dann sich da irgendwie einen illegalen Vorteil verschafft. Aber das macht er natürlich nicht, ne? Aber da ist viel Geld im Pot. Es ist tatsächlich relativ viele Kanalpunkte. Heute ist Tag der Mods. Heute ist Tag der Mods, das stimmt, das habe ich auch gehört, dass irgendwie international... Vectorius. Zehn Gifted Subs sind sehr angemessen, finde ich. Aber tatsächlich ist auch mit den Zehn Gifted Subs nach wie vor nicht die Vorhersagezeit. Ich habe das Gefühl, die Zeit vergeht schneller, wenn die Leute Subs giften. Aber Zehn ist auch wirklich wieder immer eine Menge Geld, ne? Das ist ja... Wir könnten eine Revolte gegen Harkon anzetteln. Wer ist dabei? Warum? Was machst du denn? Ich bin ehrlich gesagt auch nicht sicher. Da gibt es doch überhaupt nichts, gegen das man irgendwie sein könnte. Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, euch Klaus zu besorgen. Also ganz ehrlich, die Revolte, die kannst du schön alleine führen und dann sehen, wie sie im Sande fangen. Nimm diese Revolte und steck sie dir in dein... Ach komm, ich will es gar nicht aussprechen. Guck mal, wir haben schon... viel Zeit haben wir schon. Können wir Menschen in den Vulkan werfen? Du kannst so bien zu den Vulkan werfen für unberechtigtes Aufmucken. Als offizieller Wettenbeauftragter bei den Klupas, Klaus, sieh es Harkon nach. Solche Wetten sind hier sehr unbekannt. Wann allein unterhalte Basti? Also, ansonsten habe ich übrigens eine Frage an dich und auch den Chat. Wenn ich mich in der Vergangenheit für die Interessen einer kleinen Hirschart interessiert, habe... Bitte nicht, bitte nicht. Wollte ich dann wissen, was das Reh wollte. Ich meine, irgendwie muss ich die Zeit auch überprüfen. Das mussten wir schon ein bisschen... Komm, du hast es probiert. Muss ich mir schon ein bisschen nachsehen. Ich erkenne es an. Guck mal hier. Ja, da ist völlig Klaus. Da warst du nicht schlecht. Ich lasse auch so ein Autsch, lasse ich auch nicht gelten tatsächlich. Wo sind, da sind sie die... Wie, was? Da ist der Jeckwee. Eine kleine Hirschart ist das Reh und die Interessen sind das, was es wollte. Das war schon eigentlich einigermaßen... Aber ist ein Hirsch nicht männlich und ein Reh weiblich? Ne, ne, das ist nicht so. Würde ich jetzt auch sagen, wenn ich diesen Witz auf Krampf retten wollen würde. Ne, aber wirklich nicht. Google Reh. Das ist mir jetzt zu kompliziert. Das ist der Humor, den ich feiere. Das ist auch wieder ein Insider aus deinem... Oder? Guck da, es sind zwei verschiedene Arten. Also... Ja, aber guck mal hier, die, die, die... Junge, ist diese Vorhersage auch bald vorbei. Da ist er. Das hat uns doch einfach nur in dieser Situation manövriert. Wenn ihr euch bei wem beschweren wollt, dann bei dem Mod, der die Vorhersage so lange gemacht hat. War übrigens auch eine Frau. Was? Wieso kommst du jetzt plötzlich mit Frau-Mann? Hast du irgendwie gestern Mario Baruto gesehen? Du bist doch derjenige, der hier die ganze Zeit am Assumen ist. Was? Der einfach gesellschaftlich sich nicht weigert, das Denken abzulegen, dass auch Frauen in Mod-Positionen sein können. Harkon, jetzt dürfen nicht du und ich gegeneinander ausgespielt werden. Das ist das, was die wollen. Nur weil da die Vorhersage bewusst lang gemacht wurde. Da ist die Champagnerfarben. Hallo. Grenzüberschreitungs-Polizeiteam. Ich bin ein Kollege aus Niederlanden. Ich bin ein deutscher Kollege. Wir werden ganz gerne einmal eine Fahrzeugüberprüfung durchgeführt. Einmal die alten Ausweisung, Führerschein und von den Kindern bitte auch was. Die Frau ist nicht allein, hat Mann und Kinder dabei. Ich muss ganz ehrlich sagen, zum Drogenschmuggeln komplette Familie mit im Auto haben. Er regt, glaube ich, aber auch weniger Verdachtsmoment, als wenn du alleine unterwegs bist. Weißt du, was ich spannend finde? Wie ist die denn aus den Niederlanden bis nach Deutschland zurückgekommen ohne Lenkrad? Das ist eine gute Beobachtung. Das ist nichts Schlechtes. Wir haben ihn, Chad. Wir haben ihn. Sehr gut. Ja, natürlich. Das ist gut. Ich sehe noch ein Hund im Auto? Ja. Ein Hund im Büro? Im Auto? Das gibt es nicht. Wir waren ein bisschen spazieren. Spazieren. Wo waren sie ein Spazieren? Draußen. Wir waren in Holland. In Holland? Wo in Holland? Junge, das klingt aber schon ziemlich stotterig, die Erklärungen. Ja, wir waren spazieren in Holland. Die wird aber auch mitten in der Nacht angehalten von fremden Männern und die sind bewaffnet. Und das Fernsehen ist dabei. Das ist doch eine bedrohliche Situation. Und man hat die Kinder dabei. Da ist man doch besonders achtsam. Ist nachvollziehbar. Es ist ein Park da. Ich weiß nicht, wie heißt es. In einem Park in Holland spazieren. Gut. Ein harmloser Familienausflug also. Irgendwas verboten ist mitgebracht aus Holland? Nein. Waffen, Geld, Betäubungsmittel. Gar nichts. Ich wollte was kaufen, aber leider. Leider haben sie nichts gekriegt. Ja, ich wollte eigentlich ein paar illegale Schusswaffen, wollte ich mir besorgen. Aber war einfach alles zu. Und dann ist mir aufgefallen, dass Jörg Sprawe ja auch noch da ist. Das sind die zum Primarkt? Achso, die wollten da. Ja, okay. Die wollten nichts Illegales kaufen. Weißt du, was aus Holland, was ich mir... Rate mal, was war das letzte, was ich mir aus Holland gekauft habe? Tulpen. Ne, nochmal. Tomaten. Ne, nochmal. Na, Fahrrad. Holzschuhe. Ne, nochmal. Sag's mir einfach bitte. Die köstlichen, streng limitierten Frikanteln von Green Force. Die konnte man nämlich bestellen. Ja, aber du hast irgendwie vor sechs Stunden erst Tulpen aus Holland gekauft. Ausrufezeichen, Green Force. Ja, Ausrufezeichen. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich habe auf dem Schlauch gestanden. Ich habe auch überlegt, ob man da jetzt irgendwie noch einen Drogenwitz machen sollte. Ne, das nicht. Das nicht. Du willst doch jetzt hier auch wirklich seriös Werbung machen. Ja, ich sag mal, schlimmer als sonst ist es jetzt hier auch nicht. Sehr gut. Ja, Ausrufezeichen, Green Force, noch diesen Monat, 25%. Der Monat ist nicht mehr ganz so lange. Ja, ist eigentlich auch gleich vorbei. Welchen Code könnte man benutzen, um dort zu bestellen? Ähm, Kevin30 benutze ich immer. Ja, das ist auch mein Lieblingscode. Neben Kluper25. Komm, mach mal Hacker, komm, mach mal Hacker, mach mal Hacker, mach mal Hacker, das Triplett voll. So, ja. Und Bonschwa, ach komm. Wollen bei dieser Primark beginn? In der Innenstadt. Ja, leider nix bekommen. Na, ist ärgerlich. Ja, kurzen Moment mal eben, ja? Auch der Beifahrer ist Polizei bekannt. Es ist der Ex-Mann der Frau. Boah. Äh, Bert? Das ist der Beifahrer. Ja, auch. Dick bekannt. Zeigen Sie auch mal bitte aus? Ist wahrscheinlich eine sehr angenehme Situation für die Kinder, muss man sagen, ne? Ach, äh, äh, naja, meine Eltern verdienen halt ihr Geld mit Drogen schmuggeln, was willst du machen an der Stelle? Da muss ich mich natürlich fragen, wäre das notwendig, gäbe es ein bedingungsloses Grundankommen. Das wäre eine wirkliche Utopie, ein Zuckerbäcker-Paradies für alle sozusagen, ne? Zeigen Sie auch mal in das Auto, bitte. Dann sehen wir mal alles, was Sie in den Taschen haben, einfach da hinlegen. Was ist das? Legen Sie mal da hin. Da hinlegen, bitte. So, dann sind Sie jetzt beschuldigt im Strafauffang. Dankeschön, Nike, für die 10 Gifted Subs. Und jetzt kommt... Es ist 11.12 Uhr. In welcher Welt ist der Champagner farbig? Ja, man weiß das nicht, ne? Hans, Dankeschön für drei Monate. Und jetzt ist es tatsächlich so, Klaus, wir haben die magische Grenze überschritten. Das bedeutet, wir sind wieder wer auf der Welt. Wir leben für diesen Moment. Dankeschön, ihr Lieben. Vielen, vielen Dank für den Support. Noch hatte übrigens die Frau nichts dabei, nur weil der Mann was dabei hat, muss man dazu sagen. Hipp, hurra. Hipp, hurra. Cash Hippo, Dankeschön für die 100 Bits. Einfach Schmuggel, WTM. Zur Sache selber müde. Nichtsändert. Da kannst du so natürlich nicht erkennen, aber sieht schon nach einer gewissen Menge aus. Ich wette, wenn ich jetzt random irgendeinen Twitch-Chat frage, was das ist, dann können die mir aber hundertprozentig... Ach ja, in der Verpackung kriegen? Oh ja, na klar, ne? Das sind eindeutig Betäubungsmittel, die sind immer so eingepackt. ganz normal ich bitte ausreden zur sache selber müssen sie nichts sagen als ihr gutes recht sie können anwalt kontaktieren und so weiter das ist nicht das problem wie gesagt zur sache müssen sie nichts aussagen das zeug ist sichergestellt ich durchsuche jetzt noch mal eben sie ob sie noch was in den taschen haben eine pfeife legen sie mal alles hin sehr aufgeregt aber okay gut haben glaube ich auch gerade eine tüte mentors aus seiner tasche gezogen und gleich kommt doch der bounty hunter und der tritt die pfeife erst mal ich hoffe carsten stahl kommt gleich und schlägt schlägt das fenster ein cast ist für mich der deutsche dog der bounty hunter tatsächlich ist das glaube ich auch wirklich das was die damals vor hatten bei der relativ durchschaubar habe ich ihnen gerade gesagt alles was sie in den taschen haben mal dahin so dass nichts mehr in den taschen ist an dem ich verletzen kann keine spritzen keine messer keine irgendwas weil dann werde ich keine gefühle böse da habe ich keine lust so christian findet nichts am körper eine weibliche kollegin die mittlerweile dazu gekommen ist tastet die frau ab keine weiteren rauschmittel in den taschen mehr finden wir auch nicht im auto hundertprozentig das sieht fast aus also weit ist noch nicht noch was ich habe sie doch gerade gefragt letzte frage finde ich noch mehr im auto oder nicht ja oder nein zweit ist noch nicht so spannend vor allen dingen ist es dann das von der frau oder dem mann ich meine die frau ist quasi die fahrzeugführerin weil es ist sie dann dafür verantwortlich ich weiß nicht wie das rechtlich aussieht weiß das auch nicht das ist eine schwierige frage vielleicht mal christian soll mir fragen wir können das sagen wir können uns auch weiterhelfen glaube ich wenn wir vom facebook datendeck betroffen sind da können wir bis zu 1000 euro rausklagen das ist ja geil habe ich alles aus dem taschenanwalt das praktische kleine geschenk jetzt auch zum ersten april das ist nicht schlecht nein was ist das ich lasse mich ungern verarschen es ist 13 uhr zwölf na sowas die nächsten tollen momente mit dir ach liebe das glas o heiliger vulkan gott dankeschön den mit gurke auch schon 14 monate mein lieber dankeschön was hatten wir da gerade gefunden war das ein messer das hat so geklirrt ich glaube das war einfach nur noch mal ein kleines päckchen junge 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 ja bleib mich mal eben stehen hier einfach stehen bleiben hier einmal aussteigen bitte das mal liegen habt ihr eine jacke oder so nicht dass euch kalt wird nicht dass ihr so anfangen zu zittern wie euer vater ne aber der zittert auch zurecht dem scheint ganz schön frisch zu sein hier aber für die wette muss man sagen das muss bei der frau gefunden werden ne ja aber ich glaube ich gehe mal davon aus dass wenn das jetzt so im auto verteilt ist dass man die frau durchaus damit in verbindung bringt und dann würde ich fast sagen das war die wette aber das müssen das müssen die polizisten auch mal so sagen ich würde sagen wenn wir auch auf der fahrerseite des fahrzeugs was finden dann muss es ja der frau gehören wahrscheinlich plot twist sowohl der mann als auch die frau sagen das war alles die idee der kinder ich denke da werden die kinder eingesperrt auf alcatraz ein trauriges bild was mich vielmehr aufregt ist dass die hier das reserverat auf der hut ablage haben und die kinder im kochen jung ist wirklich so echt die armen kinder das 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 spricht auf jeden fall bände darüber wie da vermutlich sonst auch mit denen umgegangen wird ich würde das reserverat auch sofort kontrollieren jugendamt mod check ich glaube das reserverat hat die kinder überredet und die kinder haben ihre eltern manipuliert die kinder sieben und zehn jahre müssen mit ansehen wie polizisten im auto ihrer eltern nach drogen suchen wir haben jetzt bei ihm drei päckchen gefunden zwei unter dem sitz gestopft einer hat darauf freiwillig rausgegeben die beamten durchsuchen jeden kleinsten winkel des mercedes auch im kofferraum das finde ich immer schlimm da ist halt auch also ich meine ich sag mal so die erwachsenen personen im auto sammeln hier konsequent minus punkte auf der sympathie skala so wie es auch sorge fährlichen reifen da hinzupacken wo die kinder sitzen wenn ja schlägt das ihre kinder im auto keine weiteren rauschmittel hat er gesagt wir haben das war ne wir würden wie wir haben es jetzt insgesamt soll das sein 30 gramm hast du mitbekommen griechern sie wissen doch was sie gesagt haben 50 was denn jetzt 50 sagt er jetzt so nur mario drin ok naja guck mal hier der chat sagt schon ja kommt hin ne ja das sieht nach 50 aus das ist so der typische preis den man so bezahlt ne ja klar außer vom packungsvolumen doch doch das ist schon einigermaßen ich erkenne es von hier aus ist ja auch ein bisschen gestreckt ne da habe ich bessere quellen ich glaube aber auch nicht nur dass da mario rana da ist da wird auch noch ein bisschen ampfe mit dabei sein denke mal der neue trend geht auch in eine ganz andere richtung hab ja keine ahnung aber ja ja selbstverständlich da ist auch noch ein gramm kopf schon drin also auch noch dann ein erklärungsversuch das war auf der fahrerseite die haben mit der sache nichts zu tun wer hat mit der sache nichts zu tun die kinder das glaube ich aber ansonsten naja oder 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 derjenige der das geschrieben hat denkt dass wir beide auch gerade von der wir haben mit der sache tatsächlich auch nichts zu tun das sind paul und klaus lassen sie die gehen die gucken noch nur ein video lassen sie die ich hab paul und klaus gesagt oh Gott wir hatten einen langen tag hinter uns noch werden ich sag halt öfter paul und klaus als als hallo und klaus das kommt das geht einfach leichter von der zunge ist verständlich das ist man einfach gewöhnt es war der hund glaube ich nicht naja der hund ist das mastermind ist behind it all das stimmt der hat glaube ich einen schlechten einfluss auf den auf den ersatzreifen und in den sachen die 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 wett enjoyers plot twist noch nicht vielleicht 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 nehmen sie dann die schuld auch auf sich ja vielleicht opfert er sich jetzt nur und die glauben ihm das nicht war und ich musste nicht mit jetzt kommen ich hatte kein geld mehr der mann nimmt die schuld auf sich nur seine aussage passt nicht mit der spaziergang geschichte der frau überein will er sie schützen immerhin ist die auf bewährung doch ohne strafe wird auch sie nicht davon kommen er ist beschuldigte der einfuhr sie sind beschuldigte der beihilfe nein jetzt lasst du dich mal ausreden was heißt das beihilfe dass sie ihm verholfen haben das beteilungsmünder deutschland zu bringen das ist jetzt natürlich ein bisschen kniftige angelegenheit für die wette ich würde ja fast sagen na gut ich meine der mod muss das wissen ich würde fast sagen wer ist denn derjenige der das entscheiden muss was sternium oder ich habe es nicht gesehen aber ich würde fast sagen da weil sie damit in verbindung gebracht wird wäre es ein ja boah das ist ja lefted guck mal wow oder ist auch lady kaloy hallo klaus bei harkon das heißt nur ich wurde gegrüßt hallo lady kaloy bei harkon im chat ja tut mir leid scheiß twitch Frau ist kooperativ und nimmt die strafanzeige hin kollegen bringt warte warte ach guck mal das wurde aufgelöst ist jo ok gut haben wir es ja relativ kurz und schmerzlos gemacht ich dachte da gibt es noch mehr diskussionen es war schon deutlich mehr jo als no fand ich am ende des tages ja würde ich auch sagen also ich gehe da auch mit schiebung ja das sagen natürlich erst die Leute ja 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 selbstverständlich ne da will man da ein bisschen so protest aus prinzip sage ich dazu buuuu naja komm ihr könnt ja selber drogen schmuggeln chat dann könnt ihr die wetten auch gewinnen wenn das im Fernsehen kommt bringen die kinder nach hause und die eltern zur wache die kinder sind auch gesprächsthema bei bert und christian die kinder werden einfach mitgenommen um das zu machen und dann denkt man natürlich auch das ist natürlich total neue wette nicht mehr für das video ne das geht noch ungefähr ich weiß nicht 20 sekunden oder so nicht mal äh dann ist man total verrückt das tut man seine kinder auch nicht an ne dass man einfach dass man die in eine situation bringt dass die da auch draußen beim auto stehen und dass die sehen wie wie die eltern verhaftet werden ne also das sind wirklich die armen kinder kann man nur sagen aber da muss man natürlich auch die frage stellen warum müssen menschen denn überhaupt drogen schmuggeln und warum ist das eine straftat ne so das sind doch die systematischen fragen die gestellt werden das sind in der tat die strukturellen dinger die man auch aufholen muss an der oberfläche wurde nicht mal angekratzt ich sag's wie es ist das ist doch hier stumpfe stumpfe propaganda die uns menschen gegeneinander aufbettern soll das war auf jeden fall drogenfahrende an der deutschen niederländischen grenze teil 3 im wahrsten sinn des wortes ein spaß für die ganze familie richtig ja selbstverständlich ich freue mich auf teil 4 also ja was soll man dazu sagen ich finde es ein bisschen traurig dass die kinder da mitleidenschaft gezogen werden gratis mit dem autoreifen und dem hund im kofferraum ich weiß nicht was das alles soll was aber auf jeden fall irgendwas zur sache soll www.twitch.tv slash harkon da findet ihr auf jeden fall tolle reaction streams leider ohne klaus wenn ihr den sehen wollt dann geht ihr einfach auf twitch.tv slash klupertwins